Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu The Lost Patrol auf dem Amiga. Und hier geht direkt die Musik los, die sich so eingängig ins Hirn brennt. Ja, The Lost Patrol auf dem Amiga ist glaube ich auch für den PC erschienen. Wie beschreibt man es denn am besten? Ein Taktik-Shooter eventuell? Naja, sowas um den Dreh könnte man sagen. Ähm, wir sind eine siebenköpfige Gruppe von US-Soldaten, die mitten im vietnamesischen Kriegsgebiet abgestürzt sind mit ihrem Helikopter und die jetzt 58 Meilen zurücklegen müssen zur nächsten Basis. Das hier ist dann auch schon die Spielübersicht. Im oberen Teil sehen wir die Karte. Es ist Tag Nummer 1, Uhrzeit 10 Uhr 24. Wir können natürlich auch die Karte scrollen. Und wir müssen hier nach ganz rechts, wo hier steht, äh, Du Hoc. Das ist dann wahrscheinlich schon in Frankreich, soweit müssen sie marschieren. Bis dahin müssen wir, um in Sicherheit zu kommen. Wir sind aber hier ganz links, dort wo dieses Helikopterzeichen ist und dieses, äh, dieses rote Kreuz da. Das sind wir auf jeden Fall. Ich frage mich gerade, warum der Helikopter größer ist als die nächstgelegene Stadt. Naja, egal. Äh, wir können uns unser Team anzeigen lassen. Einmal Weaver, Chase, Gomez, Kane, Blom, Murr und Backman. Ähm, und Chase ist auch verletzt. Hatte Lacerations to am Leck, also to the legs, am Bein. Irgendwelche, ja, äh, Wunden am Bein, sagen wir es mal so. Er hat eine leichte Gehirnerschütterung. Uh, er hat sich hier die Rippen gestoßen. Und er hat sich auch die Rippen gestoßen beim Absturz. Ist normal. Der Weaver ist unser Anführer, das könnten wir auch umändern. Jeden anderen könnten wir, äh, bestätigen, beziehungsweise bestellen als Anführer. Aber wir lassen jetzt einfach mal den Weaver als Anführer. Und wir brauchen einen Scout, der vorausgeht. Und, ähm, guckt, ob da nicht irgendwo die Vietkongs durch den Dschungel streifen. Dazu nehme ich einfach mal den Gomez. Da sollte man am besten keinen nehmen, ähm, der verletzt ist. Ist klar, wenn jemand mit Verletzungen da rumrennt, der ist natürlich nicht ganz bei der Sache. Das sieht man auch an den Werten hier, mit seiner Slide Concussion hier noch 85 und 92 Prozent von S und M. Was auch immer S und M sind, wahrscheinlich Stamina und M, Mana. Vielleicht können wir auch zaubern, ich weiß es nicht genau. Ja, Lost Patrol, damals als Kind sehr gerne gespielt. Nie weit gekommen, weil das Spiel doch irgendwie bockschwer ist. Aber damals zu Zeiten von Platoon und Full Metal Jacket, eigentlich die ganzen Filme, die wir noch gar nicht gucken durften damals. Und dann das Spiel, das 1990 erschien, boah, da konnte man das im Prinzip zu Hause am Amiga-Spiel. Und das haben wir auch gemacht. So, wir würden sagen, ich würde sagen, wir ziehen jetzt mal los mit unserer Truppe und hier mit diesen, äh, äh, mit diesen Pfeilen hier können wir uns bewegen. Ich möchte mal, äh, mal ganz kurz hier auf das Grip gehen, dann kann man sich nämlich auch die Karte angucken. Die Grip Location E2, Crash Area, Lightly Routed, Sloping Down to Grasslands. Und ich möchte jetzt mal hier in die Gegend runter gehen, um dann hier weiter nach Osten über die Brücke zu gehen. Falls wir auch noch zu weit kommen, wer weiß das schon. Also gehen wir erstmal nach Südosten. Ja, und das ist das ganze Spiel. Ja, da werden mal so ein paar Bildchen hier eingeblendet. Da laufen wir durch die Gegend. Das sieht eigentlich noch ganz gut aus. Natürlich, wir können auch Pause einlegen, wir können übernachten. Wir haben ein paar Rationen haben wir dabei, ein bisschen Munition haben wir dabei. Also nicht so viel, wir waren eigentlich auf dem Weg zum Lager mit dem Hubschrauber, aber das haben wir dann hier halt nicht erreicht, weil wir abgeschossen wurden, abgestürzt sind. Ich weiß es nicht genau. Ja, auch hier schön wunderbare Landschaftsbilder. Und jetzt denkt ihr euch natürlich, na, nur ein bisschen hier auf die Pfeile rumklicken, das kann doch nicht alles sein. Ist es auch nicht. Da kommt noch einiges. Schießereien, Prügeleien mit Vietkongs. Hoffentlich sehen wir das noch. Es kann natürlich auch passieren, dass wir gleich irgendwo auf eine Mine treten und dass uns dann die Leute wegsterben. Dann haben wir überhaupt gar keine Action gesehen, sondern nur, wie ich hier ein bisschen auf die Pfeile rumgeklickt habe. Das wäre natürlich nicht so schön. Die Zeit zieht natürlich voran. Das ist klar. Und irgendwann steht dann auch, oh, deine Männer werden müde und dann müssen wir noch Pause einlegen. Hier, Raucher, Pause, hast du nicht gesehen. Ist echt dafür, dass es hier harte Soldaten sind, ist schon ein bisschen komisch, dass sie so oft Pause machen. Ich gehe noch mal ein bisschen nach Südosten. Da ist es. Your men are beginning to tire. So kleine Videos werden dann eingespielt, die waren damals auch. Ho, hättest du gesagt, so guck mal, so ganz kleine Videobilder, ist doch geil, geil. Da hast du dir ja richtig, also für die Atmosphäre ist es natürlich richtig gut gewesen. Man kommt sich schon vor, wirklich wie im Dschungel. So, gehen wir mal nach Nordosten. So ein bisschen über die Brücke kommen, ne. So weit wir über die Brücke rüber sind, werden wir vielleicht noch den Berg hochkraxeln, der direkt danach kommt. So wirklich über die Brücke gehen sie jetzt nicht, egal. Was passiert jetzt? Natürlich. Weaver has triggered a booby trap. Super. Das ist nicht gut. Schauen wir uns ja Weaver mal an, was hat er sich getan. Äh, wo ist er denn? Verbrennung und Schnitte am Fuß. Ja. Also unser Anführer sollte er besser drauf sein, deswegen, also haben sowieso nur noch zwei Leute, die nichts haben. Das ist Gomez, also unser Scout und Kane, den wir jetzt mal zum Leader bestellen werden. Na, der soll Leader werden, so. Das wird natürlich nicht so gut jetzt. Na ja, egal. Ich wollte euch das Spiel ja eh nur mal kurz zeigen. Your men are very wary. Na gut, dann werden wir gleich mal ein Päuschen machen. Nicht, dass wir uns jetzt hier im, äh, Fluss absaufen. Wie gesagt, ich habe nie die, die PC-Version gespielt. Falls jemand von euch mal die PC-Version gespielt hat, dann, äh, lasst es mich wissen. So im Vergleich mit der Amiga-Version, welche Version er besser abschneidet. So, jetzt haben wir den Fluss überquert, dann würde ich sagen, können wir mal ein Päuschen machen. Das können wir hier mit Rechtsklick machen in dem Menü, hier können wir uns die Credits ansehen. Und Action, wie gesagt, man kann die, äh, Gegend absuchen. Vielleicht würden wir mal ein bisschen Nahrung finden. Aber zunächst, äh, lass uns das mal mal eben machen. Search mal eben die Area, mal eben die, äh, Gegend absuchen. Search the surrounding area, but find nothing of any use. Na gut, dann können wir jetzt mal ein Päuschen machen. Können wir auch einstellen, wie lange. Machen wir mal 30 Minuten Pause. Was reicht ja wohl für Butterbrötchen? Und für eine Zigarette? Ah, dann können wir weiterziehen. Vielleicht gehen wir am besten um den Berg rum, oder? Oder gehen wir auf den Berg rauf? Gehen wir um den Berg rum, ist doch egal. Müssen ja auch nicht unbedingt auf den Gipfel rauf. Sonst müssen wir auf der anderen Seite wieder runter gehen. Ist ja nie so spannend. Ich meine, das ganze Let's Show ist gerade nicht so wirklich spannend, weil nichts passiert. Eigentlich schon gedacht, boah, hier, den einen oder anderen Kampf. Ah! Aber nee. Passiert wohl nicht viel. Dann können wir uns ja auch durch den, äh, Wald schlagen. Ja, und jetzt passiert nämlich was. Wild scouting Gomez Encounters alone, wie Sea Soldier. Das heißt, wir treffen jetzt auf einen einsamen Vietcong, gegen den wir kämpfen müssen. Und das macht unser Gomez. Und dieses Kämpfe ist gar nicht so einfach. Während die ganze Zeit mit der Maus gesteuert wurde, müssen wir jetzt mit einem Joystick steuern. Warum der jetzt gleich mit der Hand kämpft, obwohl er ein Maschinengewehr in der Hand hat? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wenn wir ihn besiegen, kriegen wir ein bisschen Nahrung, ein bisschen Munition. Wenn wir verlieren, ist Gomez tot. Hat er gesagt, man stirbt hier recht schnell in dem Let's Play. Komm, jetzt fährt er nicht ins Gesicht. Ja, äh, ich treffe ihn überhaupt nicht. Äh, toll. Unsere Energie sehen wir unten links. Das ist das Rote. Ja, und damit dürfte Gomez wohl tot sein. Äh, ja. War das nicht ein grandioser Kampf? Auf der anderen Seite haben wir jetzt einen Mund weniger zu füttern. Gomez is killed in Hand to Hand. Combat. Gomez is dead. Warum die anderen sechs nur zugeschaut haben? Ich weiß es nicht. Oh, einmal salutieren für Gomez. Ja, er war ein guter Kamerad. Er war beschissen im Zweikampf. Aber er war einer von uns. Und jetzt wird er hier verrotten. In Vietnam. In einem Reisfeld. Ja, gut. Können wir jetzt auch nichts dran ändern. Schauen wir mal kurz. Ist er jetzt einfach durchgestrichen? Oder Oh, sei denn, Gomez. Ja, killed in Action. Ja, Gomez war unser Anführer. Der Anführer, der muss dann immer kämpfen. Oh, den anderen beiden geht's besser. Dann würde ich sagen, werden wir jetzt den, äh, Sergeant Moore hier bestellen zum Anführer. Haben wir noch einen Scout? Nee. Scout haben wir auch keinen mehr. Dann wird der Buckman oder Bachman wie auch immer zum Scout. Joa. Läuft nicht so gut. Jetzt haben wir gleich schon 10 Minuten voll und wirklich, äh, passiert jetzt nicht viel. Oh, im Süden hat er eine Patrouille gesehen vom Viet Cong. Dann gehen wir mal lieber nach, ähm, im Nord-Ost, während meine Leute schon wieder müde werden. Es ist nicht gut, wenn die die ganze Zeit müde werden. Vor allem nicht, wenn hier eine Patrouille von dem Viet Cong in der Nähe ist. Da, hm, sollten sie sich vielleicht mal ein bisschen am Riemen reißen. Nun gut. Aber jetzt haben wir den Berg mehr oder weniger hinter uns gelassen. Jetzt geht's runter ins Tal, wenn ich das richtig sehe. Da können wir eventuell mal die Straße entlang gehen. Ist es klug, die Straße entlang zu laufen? Ich weiß es nicht. Es ist ja nicht so, dass überall Viet Cong sich verstecken, oder? Probieren wir das mal. Gehen wir mal die Straße entlang. Vielleicht kommen wir dann auch ein bisschen schneller voran. Das gerade haben wir natürlich, um an dem Berg hochzukommen oder dran vorbeizukommen, ein bisschen länger gebraucht ist natürlich, logisch. Da wird dann auch, ähm, die Umgebung, das Terrain, wird dann auch mit einberechnet in die Bewegung. Your men are very wary. Gut, dann gehen wir jetzt noch das Stück zu Ende hier. Den Befehl, dann können wir noch mal eine halbe Stunde Pause machen. Ah. Und dann müssen wir noch ein bisschen marschieren, bevor die Nacht reinbricht. Dann will ich nämlich mal hier dorthin gehen. Rit Location E8, Slow Incline, Heavily Rooted. Was auch immer das ist, ich habe eigentlich gedacht, das wäre eine Stadt oder sowas. Ja, nun gut. Päuschen wollten die Jungs machen. Na, mal wieder 30 Minuten Pause. Na, mal kurz vor sieben. So, und weiter geht's. You are suddenly pinned down by sniper fire. Ah, gut. Jetzt müssen wir als Scharfschützer arbeiten und dürfen uns nicht zu viel Zeit lassen. Wir sehen jetzt gleich nur das Mündungsfeuer vom Gegner und müssen dann, äh, dementsprechend den Gegner erschießen. Lassen wir uns zu viel Zeit, werden wir erschossen. Einer nach dem anderen. Ich sage ja, dieses Spiel ist sowas von schwer. Vorher hat jetzt wenig mit James Bond zu tun. Warum mache ich hier James Bond Musik? Mal gucken, wo kommt das Mündungsfeuer her? Ich sehe es nicht. Seht ihr es irgendwo? Ich sehe es nirgendwo. Die Schüsse hören wir. Das Mündungsfeuer sehe ich nicht. Können wir uns auch zurück... A bullet grazes Weaver's arm. Ich sehe nirgendwo Mündungsfeuer, verdammt. Ziehen wir uns zurück. Ja, das war jetzt auch nicht so spannend. Äh, ihr hört die Pullback. Hm. Dann gehen wir doch jetzt einfach mal nach Norden und, äh, umgehen das Gebiet ganz einfach mal. Mann, 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 Mann. Ja, jetzt schlagen wir uns wieder in die Mische, ich weiß. Ja, was soll ich machen, wenn ich den Schützen nicht sehe? Also, äh, ich muss mir das gleich nochmal gucken, angucken. Gott sei Dank habe ich es ja auf Video aufgenommen. Aber ich glaube nicht, dass dort irgendwo ein Mündungsfeuer zu sehen war. Denn sonst hätten wir einfach nur in die Richtung Mündungsfeuer schießen müssen und dann hätten wir den auch getroffen. Den Scharfschützen. Können wir jetzt mal nach Osten gehen. Vielleicht können wir jetzt, äh, das Gebiet umgehen mit dem Scharfschützen. 20 vor 8 schon. Mann, 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 Mann. Vielleicht kommen gute Zeiten, schlechte Zeiten. Und wir schlagen uns hier durch den vietnamesischen Busch. Auch nicht so gut. Lass uns mal nach Nordosten gehen. In Richtung dieses, ja, dieser vermeintlichen Stadt ist es wahrscheinlich gar nicht. Könnte es auch ein Flughafen sein, oder? Wäre ja super. Dann können wir von dort aus einen Linienflieger nehmen Richtung Die Hoc. Oder vielleicht einfach nochmal jemanden anrufen. Vielleicht gibt es da irgendwo ein Telefon. Handy hat natürlich auch keiner dabei von den Jungs. Schlimm, schlimm, schlimm. So, gehen wir jetzt mal nach Osten. Ach, komm schon. Jetzt werden die auch noch hier müde schon wieder. Für es wirklich noch keine Zeit, jetzt ins Bett zu gehen. So, bis 10 Uhr können wir marschieren. Das muss einfach sein. Aha, aha. Südwesten eine Patrouille der Vietcong. Gut. Ist ja nicht unten in eine Richtung. Gehen wir weiter nach Osten. Ja, das kann dann so in etwa die Richtung gewesen sein, wo wir auch den Scharfschützen gesehen haben. Na, was passiert jetzt? Hallo? Hallo? Aha. Du kommst an einem einsamen Bauern vorbei, der an einem kaputten Farmhaus steht. Okay. Actions. Question. Normal. Hit return for menu access. Äh. Hier, she's the questioning. What is going on? Ich will den befragen. Los, question. Normal. Food. The old man smiles, but does not reply. Okay. Girls. The old man smiles, but does not reply. Das können wir ja noch machen. Halt, erstmal raus aus dem Menü. You are suddenly pinned down by machine gun fire. Hit left mouse button. Ja, ja, ja. Ein Hinterhalt, mehr oder weniger. Ich wollte gerade einen von den erschießen. Von den Mauern. Na ja. So, dann müssen wir uns jetzt wehren oder wie oder was? Oh, die sehen aber aggressiv aus. You are suddenly pinned down by machine gun fire. Ah ja, das hatten wir schon. Dann, äh, gib mal her da. Jetzt müssen wir, glaube ich, zurückschießen oder Handgranaten werfen. Irgendwie so war das. Das war dann das, äh, nächste, ich sag mal, mini-Spiel, in Anführungsstrichen, welches da drin ist. So, die Befürchtung, dass wir jetzt, äh, huiiiii, huiiiiiiii, huiiiiiii, und, war gut? Ich, ja, war vielleicht nicht so gut. Na, komm. Haha, das hat sich doch gut angehört. Und hier? Ha! Sehr schön. Und, war's das? Da haben wir sie weggeknallt. Ba-däm! Moore successfully takes out the VC Machine Gun Nests. Ah, Moore ist ein guter Mann. Moore ist ein guter Mann. Es wäre eigentlich Zeit, um sich ins Bettchen zu legen, oder? Ah, komm, äh, dicken wir uns mal in. Für, ähm, sechs Stündchen. Können wir am frühen Morgen wieder losziehen. 3.45 Uhr morgens. So. Jetzt will ich aber nochmal gucken, dass wir da, ähm, it is too dark zum Move. Ach, komm schon! Keine Taschenlampen dabei, oder was? Dann macht man mal zwei Stündchen Päuschen, äh, zwei Stündchen Pause. 5.45 Uhr mitten im Sommer in, 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 in Vietnam. Jo men complain about the leg to sleep. die haben, wie lange der jetzt geschlafen? 5 Stunden plus 2 nochmal. Und nur am Ruhmüppern. It is too dark to move. Ja, gut, äh, wie auch immer. Im Prinzip habt ihr jetzt auch schon alles vom Spiel gesehen. Ist wirklich kein schlechtes Spiel, wenn man das mal richtig taktisch angeht und sich dabei Zeit lässt. Ähm, vielleicht setzt ihr einfach mal kurz hier ein Safe State? Dann können wir da eventuell mal weitermachen und das zu Ende spielen, falls ihr Bock habt. Falls nicht, dann habt ihr das Spiel jetzt wenigstens mal gesehen. The Lost Patrol, auf dem Amiga. Ich bedanke mich fürs Zusehen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao und bye, bye.